Was ist ein Thymuskarzinom? Die Thymusdrüse ist ein kleines, unregelmäßig geformtes Organ im oberen Brustbereich, direkt hinter dem Brustbein. Der Thymus ist ein entscheidender Bestandteil des Immunsystems und für die Produktion und Entwicklung von T-Lymphozyten, auch T-Zellen genannt, einer Art weißer Blutkörperchen, die den Körper vor einer Vielzahl von Infektionen, einschließlich Pilzinfektionen, schützt Viren. Das Thymuskarzinom, auch als Typ C-Thymum bekannt, ist die gefährlichste Krebserkrankung des Thymus. Diese seltene Malignität hat eine hohe Metastasierungsrate, ist schwer in Remission zu halten und hat eine schlechte Gesamtprognose. Thymuskarzinome und andere Thymome sind die zwei Haupttypen von Tumoren, die aus Thymosepithelzellen stammen, die auf der Oberfläche des Thymus liegen und deren Struktur und Form unterstützen. Die Weltgesundheitsorganisation hat ein System geschaffen, mit dem Ärzte ein bestimmtes Thymum oder Thymuskarzinom aufgrund seines mikroskopischen Erscheinungsbildes klassifizieren können. So können Ärzte dem Tumorbriefe zuordnen, um ihn zu identifizieren, einen Behandlungsplan zu entwickeln und eine Prognose zu formulieren. Diese Buchstaben reichen von A bis C, wobei Ersteres am geringsten ist und Letzteres die schlechteste Prognose trägt. Thymuskarzinome werden als Typ C eingestuft, da sie normalerweise aus schnell wachsenden Zellen bestehen, die unter einem Mikroskop die meisten Anomalien zeigen. Zum Zeitpunkt der Diagnose hat das Thymuskarzinom in der Regel metastasiert, das heißt, es hat sich auf andere Teile des Körpers ausgebreitet. Dies kann die Formulierung eines Behandlungsplans schwieriger machen. Die chirurgische Entfernung des Tumors ist in der Regel die erste Therapielinie. Je nach Stadium des Krebses bei der Diagnose können auch Chemotherapie, Hormontherapie und Bestrahlung verschrieben werden. Die 10-Jahres-Überlebensrate für Patienten, bei denen ein Thymuskarzinom diagnostiziert wurde, liegt bei etwa 28%. Das Thymuskarzinom bleibt oft unbemerkt, bis der Tumor beginnt, die Luftröhre des Patienten zu drücken. Es kann auch Hormone produzieren, die häufig Symptome verursachen. Dazu können anhaltender Husten, Asthma, Schwellungen im Gesicht, Durchfall, rote und warme Haut- und Brustschmerzen gehören. Einige Patienten haben möglicherweise überhaupt keine Krebssymptome. In diesem Fall war der Tumor möglicherweise ein zufälliger Befund auf einer Routine-Thorax-Röntgen-Aufnahme. Thymuskarzinome sind selten und machen nur etwa 1,5% aller Krebsfälle aus. Bei Patienten, bei denen am häufigsten ein Thymuskarzinom diagnostiziert wird, handelt es sich um Männer im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Die Ursache für diese Art von Krebs ist unbekannt.